Die kurzen vor der Grünen Garde und den Smarties. So endete der traditionelle Mehrwettkampf beim Brauereifest in Wittichenau. Nur die Sieger und die Lange Garde schafften es dabei, den Brauereiwagen immerhin über drei Tonnen schwer die gesamte Schräge hochzuziehen. Im anschließenden Bierdeckel Weithauf lag der Bestwert immerhin bei über 23 Metern. Hier war echtes Geschick gefragt. Zum Abschluss galt es wie immer auf der großen Welle, möglichst viel Bier zum Schluss noch im Glas zu haben. Die Sieger erwartet in diesem Jahr mit Kind und Kegel ein Haxenessen mit Brauereiführung und Bierverkostung. Brauereifest, das bedeutet immer drei Tage Volksfeststimmung mit Rummel und allerlei kulinarischen Verführungen in Wittichenau. Übrigens, im kommenden Jahr gibt es das 25.